Ich bin Frank Apitz, ich unterstütze Marianne Wendt bei der diesjährigen Bundestagswahl, weil ich es wichtig finde, dass ein Vertreter aus Nordsachsen unsere Interessen am Bundestag, an der Regierung vertritt und ich weiß, dass die aktuellen Probleme, die wir haben, auch hier in der Stadt, insbesondere die Thematik Dating 80, dort auch entsprechend vertreten werden. Untertitelung des ZDF, 2020